So. Ja, ist ja gut. Ich glaub, äh, Ella ist ein bisschen abgelenkt. Jetzt. Und hallo und herzlich willkommen zur Wolfsjagd. Hm, der kann ein bisschen mehr ab. Krieg ich einen gleich weg. Oh, scheiße. Na, böser, böser Wolf. Böser Wolf. So. Oh. Ihr habt Ella angegriffen. So. Waren das schon alle? Kein Wolf mehr übrig? Alle weg? Komm, Ella. Hier müssen noch mehr Wölfe sein. Jetzt sind da hinten nur welche. Ella ist beleidigt. Ja, ich hätte nicht so dicht dran reiten sollen. Aber. Jetzt sind die alle da hinten. Ah, hier. Hier, 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 hier. Hier ist auch noch so eine die blöde Kuh. Da ist auch noch so ein doofer Söldner. Die werden wir uns mal konzentrieren. Die haben immer schön Zeug dabei. Das lohnt sich echt zu looten. Na, guck mal. Nach dem Regen kommt das ganze Eisen aus dem Boden. Und das Holz. Ja, ich habe meine Waffen aufgewertet. Das kostet ordentlich Ressourcen. Das kostet ordentlich Ressourcen. Aber das ist ja nur egal, ob ich das dann immer nur graviere. Oder sie dann aufwerte. Welche sind denn jetzt besser? Karte? Ah, es ist egal. Wir nehmen die da hinten. Wir reiten mal schön durch den Ort. Ja. Kaum damit angefangen, hat es mich wieder gepackt. So eine Scheiße. Es ist aber wirklich auch toll. Es gab viele schöne Spiele oder so einige schöne Spiele letztes Jahr. Das gehört für mich definitiv dazu. Ich freue mich schon auf zwei, die bei mir schon im Account rumschlummern. Wie gesagt, wenn ich das jetzt hier erzähle, ist das alles schon Geschichte. Deswegen kann ich das, denke ich mal, auch ruhig sagen, dass ich damit drei, ich freue mich sogar auf drei jetzt demnächst. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Also, ähm, nächsten Monat erscheint Metro Exodus und wir sind gar nicht mehr so weit weg. Äh, warte mal. Ikaros. Da sind sie. Wir lassen mal. Achso, ich muss länger dauern. Ähm, dann gibt es noch, äh, Far Cry, New Dawn heißt das, glaube ich. Das kommt. Und Rage 2, da warte ich auch drauf. Die werde ich alle nicht zum Erscheinungsteam, äh, Termin, äh, veröffentlichen können. Ich werde sie zwar spielen können, aber nicht veröffentlichen, weil... Andere Spiele, die Slots blockieren. Was für ein... Oh. Luxus-Dingen ich da hab, ne? Meine Ressourcen gehen zur Neige. Hm. Ah, Arschloch. Krieg dich. Krieg dich nicht. Arschloch, hab ich gesagt. Ah, Fell her. Und? Den Pfeil hab ich wiedergekriegt, das hat man gehört. Ah. 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 Das war ein kleiner Zusammenstoß. Aber nur ein kleiner. So, jetzt sind nur noch die da hinten, ne? Dann haben wir alle Wölfe tot. Wunderschön. Es sieht wunderschön aus. Ella ist weg. Diese blöde Kuh, die verpisst sich immer. So. Ella. 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 Da bist du. Woll mal stehen. Und auf geht's. Na, und auf geht's. Wir müssen da oben lang. Ich glaub, da oben können wir lang. Ella. Da oben. Da müssen wir hin. Hier war wieder ein Hirsch. So. Dann lassen wir sie mal hier. Olivenquilz. Das war's, ne? Den Rest macht der Papa allein. Hopps. Wo sind sie denn nun? Da. Jetzt hab ich sie auch gesehen. Was solltet er mir hin? Eine Warnung sein. Ich frage mich, wie er auf den Verlust seiner Schuss hierfür reagiert. Ich glaub, ziemlich ungehalten. Ah, Arschloch. Ah, Mist. Controller. Controller, Arsch. Ach, das gibt's doch gar nicht. Zeig, droht an und schießt daneben. Ich will in deinen Po schießen. Weg ist er. Gibt kein Po schuss. Wo ist denn der andere eigentlich hin? Hier war noch einer. Ich hab dich genau gesehen. Da bist du. Ich brauch das Fell. Und den Pfeil. Ein Todesfeil. So, was machen wir als nächstes? Inventar. Wir gucken erst mal in Inventar nah. Vom Schmied gravieren lassen. Ich bin so ein Snob. Was ist das? Notiz an einen Freund? Nö. Ich hab viele Dinge, viele Dinge. So, das haben wir erledigt. Die Jagd beginnt. Sprich mit Nehmer im Versteck. Denn... Ich glaub, das ist sie hier oben, ne? Da. Die wollte ich mir jetzt angucken. Und... Die Söldner sind weg. Ich hab dir die Fotos nicht ausgeschaltet. So. Die Söldner sind weg. Ja, die sind da. Gut. Hey, sag mal. Veralbert... Veralbert ihr mich? Der ging eindeutig daneben und trifft. Neun Fell. Lohnt ja gar nicht. Was glück. Bevor ich den Bogen gezogen und gezielt hab. Echt. Ich glaub, hier brauch ich Ella noch nicht holen. Oder? Ach, wir holen mal Ella. Ella! Hubbisch du? Ella? Sag mal. Darf ich auch mit? Ja. Bisschen steil, ich weiß. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ja! So. Guck. Nu guck. Scheint irgendwie ein Ohr hat, ja, zu sein. Genau. Weil er bremst hier automatisch ab. Also es liegt jetzt nicht an mir. Prost. Prost. Ah, ich hab mal was getrunken. Da geht's hin. Da ist irgendwo die Dame. Ah, Mist. Da saß der Schuss zu locker. Oh. Habt ihr das gesehen? Der ist ja richtig reingeplanscht, das Wasser hier. Zwei Pfeile wieder. Halt. Oh, hier will ich weg. Hier will ich nicht bleiben. Nein, ich hab da was gesehen. Deswegen will ich hier nicht bleiben. Verpisst euch. Ja, so ist besser. Da. Ella. Durch das an. 14 Olivenholz. Und los. Ella. Ja. Scheiße. Böse Bär. Böse, böse, böse Bär. Da war noch einer, ne? Ja, da ist noch einer. Ah, Mann, ey. Kommt der jetzt? Schon wieder zwei Pfeile vergurkt. Wo bist du denn? Versteck dich nicht im Gebüsch. Oh. Warum kann man den Baum nicht ausblenden? Wie oft habe ich mich darüber schon beschwert? Das kriegen sie einfach nicht hin. Ja. 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 Das lohnt sich. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Das lohnt sich auch. Da ist der nächste Bär. Da muss eine Bärenhöhle sein oder sowas. So. Wartet mal. Inventar. Pfeile. Ja. Dass ich einmal tippen muss, dass ich nicht einfach meinen Klöppel festhalten kann. Arschloch. Habt ihr das gesehen? Der veralbert mir. Vorsicht, hier oben ist noch ein Bärchen. Ich stelle jetzt weg. Ich hab'n Todespfeil. Das war der letzte wohl, den ich noch kriegen durfte. Ich hab' nur mal eben geguckt, was man denn da so kriegt. Da kriegt sie. Hat Bären um sich rum. Und noch ein Bären. Du bist ein weißer Bär. Ich komm' mit meinem Pfeilgewehr. Ja. 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 Ich seh' meine Figur nicht. So. Und gab kein... 71. Wunderschön weiß. Wisst ihr was? Was? Hihihi. So. Geh weg Uh, hau ab Hm, hm Oh, weg Besser Ich werde euch alle kriegen Wir alle Kanon der Kämpfer, enthüllen Ja Na, dann wollen wir mal deine brechen, ne Aber gucken, wo wir den haben Da Aha, Kult des Kosmos heißt das wieder Aha, aha Achso, das war sie jetzt Das war noch nicht abgeschlossen Hier muss noch ein Bär rumliegen Da Ich verstecke mich lieber Da ist der nächste Bär Oh, ich hab aber jetzt genug vom Bären So, wir wollen mal gucken, wo ist der denn jetzt Der ist da hinten Ich müsste eigentlich hier hingehen Was ist am dichtesten, das hier Von den Toten auferstanden Ist das das? Ah, ich hab wieder einen Zu viel gedrückt Ja Naja, ist ja auch normal an der Bärenhöhle, dass hier Bären sind, ne Wo ist mein Pferd? Da Irgendwie, ne Ja Da hinten muss ich hin Oh, Pferd Wir schaffen das So Schon mal einen Kultisten Beseitigt Ich kann's nicht lassen Das ist ein Zwang Oh, habt ihr das gesehen? Nein, ich kann's verstehen Icarus Icarus Ha, ha, hast du Einen erwischt? Wer brüllt hier rum? Ach du Ich jag doch bloß Was willst du denn von mir? Ich bin gar nicht mal in deiner Nähe Ich sammle Inkredenzien Oh Geh weg Nimm ihn, da ist mehr dran Ich mag die nicht Aber da wollen wir hin Da Da oben Da Da ist ne Da ist noch was anderes Da ist ein Fragezeichen Aha Hier ist ein unentdecktes Gebiet Wo gibt's denn sowas? Ich hab doch alles aufgedeckt Oder ist das jetzt neu? Man beachte, das Pferd reitet nicht automatisch Das weicht ihn aus Feuchtgebiet von Thermes Ist hier irgendwas besonderes? Was ist das hier? Alpha T erledigen? Ach, ich lass mich wieder auf was ein Das ist doch wieder zum Heulen Ella, Ella Ella lassen wir hier Ich mein, dafür, dass da Raubtiere sind Ist hier ganz schön viel Futter Was hier freiwillig rumrennt, ne? Ein Schatz ist da auch Ach, Wölfe Miest Ja, komm noch So Das war Papa Wolf Den Schatz wollen wir aber auch Ah, der hat auch einen abgekriegt Ah, mein Ohr juckt Ah, kack Da guckst du weg Guck ins So Die Pfeile krieg ich wohl hoffentlich wieder Die arme Sau So In der nächste Folge ist dann diese komische Festung dran hier Da in 200 Meter Diese Folge nicht mehr Tschüss Ah, da ist Ella Komm, Ella So Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss